Schweizer Aktuellen am Dienstag einen guten Abend miteinander und herzlich willkommen. Das sind unsere Themen. Es brodelt wieder auf dem Torberg. Am Sonntag hat sich in der Berliner Justizvollzugsanstalten Häftlinge selber angezündet und gleichzeitig fordert die Hälfte der Insassen im offenen Brief bessere Haftbedingungen. Das berichtet es 20 Minuten heute. Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Negativschlagzeilen vom Torberg. Streckt bei den Insassen zwei Wechsel in der Direktion immer wieder Unruhe. Seit letztem Jahr will ein neuer Direktor Ruhe bringen. Soweit ist er aber offenbar noch nicht. Unruhe auf dem Torberg. Einmal mehr, wir schalten auf Bern zum Urskill. Corona nachweisen, bevor überhaupt Symptome auftreten. Das würde im Kampf gegen die Pandemie enorm helfen. Und das geht offenbar tatsächlich mit einem Armband, der Schweizer Erfindung, die unter anderem Temperatur ist. Eine neue Studie bringt vielversprechende Resultate. Der Staat, sogar der EU, ist bereit, in die Forschung zu investieren. Der Rothirsch gilt als König der Schweizer Wälder. Noch vor über 150 Jahren war er in der Schweiz ausgerottet. Jetzt ist er zurück. Und wie? Seit ein paar Jahren breitet er sich immer mehr aus, sogar bis ins Mittelland. Das zeigt der neuesten Schweizer Atlas der Säugentiere, der heute rauskam. Allgemein hat die Vielfalt der Säugentiere in der Schweiz in den letzten Jahren zugenommen. Das sind gute Nachrichten, aber im Fall des Hirschs im Mittelland heisst er so, es gibt neue Probleme. Natascha Schwinn. Und jetzt gehen wir in die Blasmusik, die fast wie der Turnverein fix in jedes Schweizer Dorf gehört. In der Schweiz gibt es rund 3'000 Blasmusikvereine mit insgesamt rund 70'000 Musikantinnen und Musikanten. Seit einem Jahr können sie aber kaum mehr zusammen proben, von Konzerten reden wir gar nicht. Darum haben sie am Freitag fest darauf gehofft, dass der Bundesrat entscheidet, dass sie wieder wenigstens zu 15'000 üben können. Aber für den Bundesrat ist die Corona-Lage zuhause gekommen, bleibt bis auf Weiteres bei der 5'er-Regel. Und so proben heute Abend auch die Musikgesellschaft Madrisa Kloster das Dorf, wo man hier die ganze Formation sieht, nur im ganz kleinen Kreis. Und zwar beim da hinten zuhören, proben sie regelmässig einfach zu 5'. Und mit diesen Wolkenlängen entlömen wir euch hierherabend und danke fürs Zuschauen. Habt's Gutes und bis morgen.